Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir Bull auf Rang 20 pushen im Video-Shoutout. Und ich denke, wir starten rein in die erste Runde. Hier sind wir unsere Beine. Den könnte man jetzt machen. Okay, ich glaube, es ist der falsche Bot oder so. Ich glaube, es ist einfach nur ein A-mach. Ich glaube, es ist auch ein A-mach. Oh, das ist so geil. Ich glaube, es ist echt gut. Ich denke, es ist so geil. 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 Das ist mein Team in der Game. Oh Mann, jeder nimmt mir nichts zu teamen, es regt so hart auf. Oh Mann, jeder nimmt mir nichts zu teamen. 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 Wow! Ich bin noch viel drauf, aber das Ding nimmt mich einfach nicht mit. Ah, da ist es, da ist es, da kommt jetzt nicht. Naja, wenigstens vierter. Es gibt pluschen. Aber auch nicht viel Trophäen. Ah, ein kleiner Poco. Ah, das ist ein kleiner Poco. Bruh. Uh-oh. Oh, nein. Nummer, ich habe gespielt. 元ium ist kurz an. Kilo. Kilo. Ah, das ist ein kleiner Poco. Oh, mein Name! Digga, das ist so mühsam, den zu pushen. Oh, mein Name! I'm in charge! My boy! Don't make me! Black of the brain! Wanna brawl? You wanna brawl? ... ... ... Digga ja, es ist so mies, was dieser Bass gemacht hat. Wie hat der eigentlich wieder so schnell HP gekriegt? Ja, es ist so mies, was dieser Bass gemacht hat. Ja, das ist so mies. Ja, das ist so mies. Ich bin nun da und safe. Wie gut sieht das Folgendes aus? Ich dachte, ich bin froh, wo es noch ist. Oh mein Gott, ich hab' den Fall gebrannt. Ich kann aber da hinten. Ja, ganz knappe Win. Ja, äh, Quäste ledigt. Ah ja. Später an den Spielen. Später an den Spielen. Das ist nicht lustig. Mhm, also ich kann das mal machen. Ich mach das einfach weg, dann läuft es nicht. Okay, die Ruhe macht Auge. Ah, ne, doch nicht. Komm, Steven! Okay, go, ich ziel. Komm, Ota, ich habe zu. Ja, ich weiß. Hallo, hallo, hallo. Ich bin ein Preacher. Ja, ich habe ein Preacher. Ja, ich habe ein Preacher. Ich bin ein Preacher. Haha, Dreier-Teaming. Hallo, hallo, hallo. Du willst ein Preacher? Hallo, hallo, hallo. Pussy. 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 Sorry, Leute, das war meine Mama. äh, den juckt halt in eigentlich gefühlte NIE, wenn ich ein Youtube-Video mache, ähm, deswegen, ja. Hm, aber oben war doch ein Colt. Ich kann nicht mehr so ein Ding auswischen, aber ich weiß nicht, ob ich den Bock drauf mache. Tee-man, da ist ja nicht hin. Was? Tee-man! Nein, 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 nein! Tee-man! Ich glaube, ich habe nur niemand Tee-man! Ich bin ein Holt. Ja, beredie, beredie, beredie. Ich bin ein Holt! Der arme Dynamike! Lass uns den alten Mann in Ruhe! So ein böser Brock! Oh, hallo Dynamike! Oh! Bäh! Als ob der Bass auch schon gestorben ist, die armen kleinen Viecher nicht! Manchmal macht's einfach Laune zum Klima! Also jetzt nicht, dass ich ein Klimabeläne geworbe. Das hilft manchmal, weil dann, ja... Siemen! Sie haben die Ehrenlose! Sie haben die Ehrenlose! Sie haben die Ehrenlose! Sie haben die Nähe! Sie haben ält spürbar down! … Das war's für heute. Schön hodeln. Realis-Teaming. Oho, Vierer-Teaming. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir wieder mit ihm. Geil. Jetzt passiert einfach nichts. Ich weiß nicht, dass es so lange, bis die Säure kommt. Geil, Digga. Es ist so cringe. Es kommt gleich Safety-Säure. Oh, es geht los. Digga-Saint. Ja, okay. War klar. Irgendwann musste es so kommen. Aber auf jeden Fall richtig nice. Dann bestimmt zwei Minuten lang geteamt. Höchstens. Ist auch egal. Geil. Jumme, sowas muss ich öfter machen. Drei Boxen geschmackt. Drei Boxen geschmackt. Drei Boxen geschmackt. Verpisst euch! So. Vielleicht hätte ich mit den Teamen so... Nee, man darf eigentlich nicht immer an Teamen denken. Aber ja, eigentlich hätte ich das tun können. Das mache ich jetzt nicht. Ich finde es in den Angriff. Da две Boxen. Drei Boxen. Drei Boxen. Drei Boxen. Drei Boxen. Drei ins Banditson. G Volunteerlo mod Vul. 힘 secure. Und was macht dieser dumme E-Bit? Ja, safe. Oh, klar, killt mich als erstes. Oh, da unten ist meine Boxen. Oh, da unten ist meine Boxen. Don't mess with me! Don't mess with me! Don't mess with me! 24 Trophäe. Dann habe ich auch Bulldog dann 20. Ein Spreund von mir, der hat auch einen YouTube-Kanal, ihr könnt ihn gerne mal abchecken, der heißt B.S. Champ und der hat jetzt neulich als Bull auf 25 gepusht, bei dem könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, und dann geht's mit dem, also mit dem hier. Und dann kommt es auch ein bisschen weiter. Hier haben wir die kleine Kanz. Oh! Ah, zu! Ja! Ja! Oh, no, no I'm in charge You wanna brawl? Okay Wir sind schärf, kann es doch stehen Ich kann es denn Okay, kurz kurz. Nee, ich weiß nicht, dass noch ein Mensch ist. Ich will schon. Nö, ich bin mit dem. Ich muss die Hildes werden, Nanno! Buh! Oh, das war's, das war's, das war's. Das wird eng. Ja, ja. Okay, noch genau 20 Trophäen. Es gibt zweimal erste Wetter, noch nicht. Aber dafür darf ich es nicht mehr verkacken. Das stimmt. Oder ich werde 5 mal 4. Das passt auch. Okay. Oh, junger Dritter. Egal, das ist nur 6. Das heißt, noch 14. Das heißt, zweimal Dritter werden reicht auch. Oder? Nee. Nee, aber ich glaube da ja noch... Ich glaube da ja keine 7% mehr. Ja. 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 Der Bull tut mir irgendwie ein bisschen leid. Oh, oh, hallo, Barley. Ja, komm her, Jacky, ich hab 10 Views, das willst du eigentlich. Okay, ich auch veräppeln. Okay, ich hab 10 Views, das ist gut, ich hab 10 Views, das ist gut, ich hab 10 Views, das ist gut. Aber es ist nah, ne? Ich bin die vorne hinten. Ja, easy win. Papa. Und wir haben's geschafft. Und wir haben's geschafft. Und wir haben's geschafft. Easy going nicht. Wir haben dafür gefühlte zwei Stunden gebraucht, aber ja. Das ist ja cringe. Crazy. Aber ja, gut, wir haben's geschafft. Und deswegen würde ich an der Stelle das heutige Video auch beendet, meine lieben Freunde. Und damit, ciao, ciao. Ciao.